Wir haben all gelehrt durch diese Klasse, dass wir in Brücke kommen und auch sehen, dass wir uns aufmerken können und dass wir uns Gott geben können. Uns leuwen Gott, was uns auf uns oms drehen hat, und weißt du, er hat nicht bloß uns drehen, er hat uns leiden. Die Städte, die wir nicht kennen, da dreht er uns, aber wo wir kennen, er hat uns leiden, und er braucht uns. Und von dem werden wir ein bisschen angehen, dass wir alle uns ganze Leben seien. Wir wollen auch noch weiterentwickeln, was wir gehört haben, was passiert ist mit uns, wo wir aufgetragen sind. Und wir wollen in der Zeit auch noch haben von uns Charakter. Wir finden das klar, dass Gott gebt uns Goven, nur seine Gnode noch. Was meint das? Ich sage einmal, jeder Kind, was geboren wird, fleischlich geboren wird, Gott plant dort ein Seil, er plant den Jästen an, und dort lässt er Goven an. Wir sehen das in unserem Kind, aber es ist in dem, wo wir klein sind, aber da stört er Goven an, in so einer Gnode statt. Und über ein großes Part von unserem Charakter, was wir kennen, wird geformt von, was wir uns abgetragen haben. Was wir durchs Lernen, was der Vater hat, was der Mutter hat, und was die Geschwister hat, und was die Umgebung hat. Wenn die nicht bekannt sind, was ein Charakter, meine das, wie wir da Plotisch gleich sagen, so ein Mensch ist dort, so ein Sehnhafter. Wird gerecht ist ein Sehnherr. Die Sehn, das wir fing an Hebräer geschrieben, dort hat das Wort Gottes des Schöpers in zwei Schnitt geschwirt, dort kommt den Sehn in die Gedanken hinein, und da wollte ich nicht weitergehen, aber dort, was wir denken, ist, was man rettet an das Sehn-Wort. Ich sage einmal, Gott hat uns noch einen Filter gelegt, dort erst stärkern die Gedanken, wenn wir einen Sehn merken davon. So ist ein Computer geschaffen, da kann man alles schaffen, was du weißt, aber du möchtest noch nicht abdrecken, wenn du das sehen weißt, wenn du da was in der Komma leidst, dann kannst du das irgendwann, dann kannst du das irgendwann, wenn du das durchdreht nehmen, und ähnlich als ein Charakter, die wird geformt, von was wir nähnen nehmen da unten, und was wir waren. Das erste Bild, was ich hier habe, ist, was ich will mit anfangen, war, dass ich viel fing an uns, meine Nieten. Wie schien so, wie sind derige Zeit, und ich kann nicht mehr sagen, was ich auf euch fange, vielleicht will ich von Menno Simon an, aber ich andere kann, Menno Simon, als ein Mann Gottes, wird eine Erwartung beleven, dass er in den Heiligen ist, und er staubt die Ruhe, in seinen Charakter, in seinen Glauben, was er erst hat, was er geformt wird, von wo er ihr Leben abgetragen wird, da staubt er Ruhe, und nun wird Gott es noch. Und aber mich schien so, wie sind aus meinen Nieten, was wir uns so nahnen, von der Umfläche doll aus einer Kultur, aus wirklich, aus dem Glauben, aber wie sind schließlich auch gerade, wo ein Ende gekommen, wo wir morgen tun, und das erst nicht mehr, so ist die Bibel lebt. Wie habe ich, und ich darf gleich weichwiesen, ich kann nur mir wissen, dass ich solche Taten in meinem Leben gemerkt, dass ich meinen Charakter geformt habe, was nicht unbedingt biblisch ist. Das habe ich bloß so. Und hier habe ich das erste Bild, das von was ich erklären will, was wir fingen an uns, Menschen, sehr viele von uns, wie schaffen, mit unseren übertesten Werken des Fleisches, wie unser Fleischel, die Worten. Nun rede ich nicht von unser Charakter, die Worten, ich rede von unser Fleischel, die Worten, was gedreven wird von uns Fleischel, das Eck. Und dort schaumf ich mit. Und mir schien so, dass sogar, wenn wir auch all ans Betieren doden, oder ans Tal verlochten, soll ich vielleicht sein, und wir denken, so wie morgen eine Änderung ist, aber das ist, wenn wir nicht erchenen, wort unser Appetragung haft und uns gedoßen. Wir doden viele Städte an unser Appetragung, an unser Kultur, wenn es so sein, und auch unseren Charakter versägt, wie die Bibel da anein zu passen. Wir haben das so gelehrt, das ist wie das Amadonen, und das Wort Gottes Wort, die da halt da bestämen. Und dann sind da vielmals so eine Bläder, was wir in der Bibel finden, die Bläder, wie wir verstehen die nicht. Wir können nicht begreifen, was meint das. Und hier ist ein einfacher Ding, aus der wahre Geburt. Wir finden, in Johannes 3, die wahre Geburt klar beschrieben, und ob es so ist, wenn wir nicht dort wirklich verstehen können, wort dort anhören wird. Und der erste Johannes ist abgeschrieben von, wer da nie geboren ist. Und ich glaube, das sind vier oder vier, farsch, was das sagt. Dann sind die wahre Geburt, das sind verschiedene Seien. Und unser Verständnis, oder unser Charakter, der Junker, so abgewachsen, und wir haben nicht bloß her, von dort, wie ich sage, sind wieder aufgefallen, wir haben noch was von her, dort, wie wir Fläschel, ja. Wenn es jeder Fläschel, ihr Kind, als Mutter abwachsen, in so mit wie auch, abwachsen, und wir haben dort Verständnis von, als ein adulter, ein abgewachsener Mensch, nicht Verständnis getrieben, dass wir losluten, von uns Fläschel jetzt, und jäßlich übergültig. Und hier habe ich ein bisschen Bild, ich will Ihnen mit erklären, von dort, wort wir fingen dann. Wir sehen viele Menschen, die schaffen, mit der Kontrolle jetzt. Dort ist der Sturm. Die wollen, wie sie ja manchmal, Selbstkontrolle, weil die Bibel sagt, wie sie alle, Selbstkontrolle haben, ja. Aber wer ist die Kontrolle? Hier war ein Fing, wie viele Menschen, wort ihr an ihr Fläschel, ihr Kontrollen tun? Sogar eine, wie würde sie, an ihr Gäsel, ihr Torte. Da sind Menschen, die tun fleischlich Kontrollen. Sie wollen ihr Zorn, Kontrollen, fleischlich. Ich war bloß, da, um den Müll zu holen. Und wenn ich mit eurem da, samt die Nehmen, gehe ich bloß rütt für die Tüte. Oder wenn ich mal einmal sehr beleidigt sie, dann gehe ich bloß von der Familie, wach, vor wach, und schaumfe dort derich, ja. So sage ich, wie das mache ich mal. Samen sage ich, so gehe ich bei dort derich. Dann kommen sie weiter in ein Haus und sagen, okay, jetzt war das schön, ja. Und die haben wieder rütteloten, was sie nicht sollen, und sie kamen wieder mit, dann mache ich dort nicht noch bei Reden gehen. Und hier fing ich weiter von, was uns fleischlich Charakter ist. Und dort haben wir mitgenommen von Junk, viele von uns. Wir haben das Junk gelehrt, dass die Sonsten nicht doll waren. Und wann wir doll wurden, schriebe vielleicht sogar gestroft. Und so wie weit doll war es auch. wenn wir bloß ans Kontroll jetzt nehmen, ans Kontroll Charakter, fleischlich reich, ich worden nicht mehr doll worden. Weißt du, so habe ich viel Ding da noch. Und mir schien zu dem Teufel als dort kein don't, wenn wir nicht doll waren. Er hat ein anderes Ziel mit dort. Wenn die nicht kost doll worden, wenn die trübel hat, wenn du nicht was tun und dort jetzt klarte sein wäre der best, dann möcht die bloß den selbst anleiden. Und an das Kontroll jetzt, du hast die Teufel auf dem Schelf legen, die an zu beiden. Wenn du die was kontrollen, dann bitte die an deine Gedanke an Gleisen anbringen, wo man die Kost die Zorn kontrollen. Das hat die beiden Porno gingen. Was meint Porno? Das sind die schlechten Bilder, die wir sehen an die Phones oder Bäcker, die die einfach gesagt, nicht Sex, Bäcker. Dort hat die Menschen anleiden, dort kann er auf Blitz stellen, dass das keiner an wird. Und nicht bloß dort hat er seine Gedanken an, weckert er mit dran. Und wenn er lange an denkt, dann kriegt er so ein Sinn. Das ist was passiert. Dann fahrt dort. Wenn heute Menschen diese Sucht haben, haben alle zu tun, mit den Kontrollen. ist und dann die Zorn auch angemeldet. Zorn ist auch kein Ding. Das kommt mit diesem Kontrollen. So haben wir das Bitterste, was er ist, und das ist eine Heichlerie. Wo wir heichlen? Wie wir sagen, wir sind nicht heichler. Aber wo wir in diesem Kontrollen sind, dann wir anders leben, als nicht gut genug dort zu sein, wo ich fühle und sehe, so ich versuche anders zu leben. Und dort verursacht das wie viel Leben tun. Außer Menschen seien erst dort gelaufen, wenn ich nicht die Wahrheit reden. Weil ich will nicht sein, wenn du nicht die Wahrheit reden hast. Wenn man die stelle ist, lebst nicht. Aber du magst dem Menschen was gelaufen, was nicht gelaufen, dann sind wir okay. Wenn andere Menschen merken, wenn ich etwas sage, dann stelle ich für Gott rach. Glaubst du? Was hast du dann? Das sind Dinge, die wir geleert haben. Not lege, das ist ein Ding, das ankommt. Nächste ist beleidigung. Beleidigung kommt auch unter das. Das sind alle die Dinge, die passieren . Was zu sein, das kämen wir mit. Und mir scheint das so, wenn wir wirklich hatten, das lesen, und wir auch in einem zweiten Kapitel, dass die Beschneidung, die erst von Bitter getan hat, hält von der nichts an. Wir müssen eine andere Beschneidung beleiden. Und das ist was ich merken und viele von uns erreicht Charakter haben. Wir glauben, wenn ich nicht da war, dann bin ich gut für Gott. Und das kommt an, dass wir schäfen an das boerste Ding, was wir fingen an es, das ist ein lust. Was das verursacht hat, ist? Na, alle hunden sechs Ding checken, die zäht dem hoort. Ich frage manchmal, Menschen, bin ich los von das porno? Na, jo, ich habe drei Monate nicht gecheckt, oder ein Monat nicht gecheckt, oder ein Jahr nicht gecheckt. Ich sage, das mein ich nicht. Ich frage ob du los bist davon. Na, was mein dort? Weil es dein hoort frei, der die dort nach Bordere, magst du dag für dag immer schampfen? Mag dort, wann du in der Stadt bist, oder wann du in Becker sitzt, oder wann du ein Katalobe becheckst? Ich weiß nicht, ob ihr hier wisst, was ein Katalobe ist. Magst du dann schampfen? Na, jo, ich mag. Na, dann bist du noch nicht los davon. Oh, na, ich dachte, ich hatte nie o sich. Weil du hast sich hierboven, ob was da Binnen. Best du los von deinen Gedanken was da drehen. Ich zei mal, Mana, ich kann dich wieder mitfeilen. Jongens, wenn die am Trektor zette in voren, was dreht hierboven? Und ich wollte nicht angst merken über die Autobahn. Weet je was, wenn das da boven dreht, dann kommt du dem Wort. Du hast dort noch Binnen. Und ich fing die Schrift, dass das eine Lösung wäre. Jesus sagt, heißt, ihr kommen, dass ihr seid zu erfüllen. Heißt nicht bloß, ihr kommen, das weich zu nehmen. Und das ist, was viele Menschen fehlen da. Die haben nicht sich lot erfüllen. Die versichern alle aufzumerken, loszumerken, wir wollen, nicht nur der Hall, wir wollen im Himmel. Und wie weiter die Schrift sagt, wenn ihr nicht im Himmel ankommt, so wie schaufe, ich sage, wir müssen ausmasten. Alle Tage müssen wir ausmasten. Und wir werden nicht erfüllt. Und da fing wie viel mal, wenn die Last noch bin, ist, dann kannst du das Kontroll für sich weich zu nehmen, weil du frisch wassen. So ist dein Huch mit. Wenn du ein Huch mit hast, dann heichelst du. Jeder Huch mit der Mensch heichelt, der kommt nicht so er ist. Der hat ein Huch mit und will sich anders wiesen, als er wirklich ist. Das ist eine heichlerie. Und dann gehen wir leer, so dann wo soll du hast eine Last. Oder du hast ein Huch mit. Das ist da. Wenn du weißt du noch mit Gedanken zu Leagone war ans unerste Poort vom Hortje. Das teubste Jesselje Leben, wie sage ich manchmal, ich bin ganz von Horten trü. Oder ich bang mich von ganz Horten. Was meint das? Nicht bloß von Böwen, von Bönen. Und das ist was wir brücken, dass wir von ganzen Horten klar haben. Das ist auch. So wir gehen in die Angst. Und diese Angst, woanders irgendeine sei, wenn ich rede von Angst, ich habe nicht Angst. Ich ist okay, ich ein Christ. Aber warum das ist das? Das weiß ich nicht. Warum kann ich nicht mal sich haben? Warum kommt das an? Das ist doch die Teufel von besit worden. Diese Angst, ich naam das Angst. Wir haben Angst, wir wollen es nicht merken. Ich sage manchmal mal von D D D D D wenn ich das mal dolleihe, dann habe ich dass du fühlst, nee, ich muss schaufen, ich muss schaufen. Ich wollte von jung, wo ich drehen, dass ich nicht verweich. Ich sage manchmal, ich habe immer eine elektrische Wipp hing an mich. Das wird sparken, das wird sparken. Du hast, wer wird mich schifft. Und ich muss mich selbst manchmal sagen, leid die gemütlich doel, rief die uit. Das muss ich zu mir sagen. Ich kann nicht weinen im Baden legen. Danach manchmal, ich habe mich so, oh, ich habe gestern in einer halben Stunde nichts getan. Da habe ich noch mal nichts. Weißt du, als ich in der Pfanne bin, wo ich ganz klar mit der Chanin Gott weiß, was ich kann tun. Und wenn ich da in diesem Baden lege, und ich will Ihnen doch mit erklären, was ich meine, wenn ich in diesem Baden lege, und ich denke, ich soll schaufen gehen, dann, they teach dich Gott seine Ehre. Du hast lewe, ich in Angst. Da hat ich eine Angst. Meine Angst, ich will nicht noch tun, da hat ich was für Gott bestanden. Ich mag, ich mag, ich mag, ich mag. Ich sage manchmal, Predios, weil ich in der Klasse gewinne, wo viele von unseren Predios leben und Angst. Ja, ich habe sie überprüfen von Gott, dass sie ein Prediger zu sein. Und die Gemeinde habe mich angestellt. Und wenn ich nicht wo als Prediger bin, dann, was da? Das ist ein Push, das ist ein Schuwen, ein neues Maddoch, wenn ich sie überprüfen. Und weißt du, was? Das formt den Charakter in uns, dass wir alle Dinge mit Angst tun. Und wenn wir hier an denken, dann, und ich werde das ein bisschen wieder verteilen, so ein Predios, so ein Selbstsorger, was wir miteinander wollen, weil du mit Angst hast, das fällt die andere Fuß. Ich habe das manchmal gehört, als ich mit Prediger nach mir spazieren, dann sage ich das zu mir, ich habe das schon lange angelegt, ich soll mal mit dir reden. Weißt du, ich mich da nicht tun? Weißt du, was ich dann da? Bang, ich mache die Kluge vor, dann weiß ich nicht, wie ich die kann anzüllen. Ich habe die al Monate angecheckt, als ein feiner Prediger, und die habe dann lange mit mir gelegen, um mit mir zu reden, und das habe ich nicht getan. Und jetzt haben sie mich einmal mit Druck, ich kann ja viel keine leiden. Und weil sie bloß mal sich aufladen, siehne Last, was sie trägt, und es steht, dass sie kommt und fragt, ob ich die kann halbe drehen, nicht? Das ist, was Angst hat. So ähnlich ist das an uns. Wenn wir Dinge aus Angst tunen, dann verursacht, dass der Teufel an uns kann Sachen und Sachen an Dingen anleiden. Entschuldig feilen. Und wenn uns jetzt ein Entschuldig feilen ist, dann haben wir weitergemacht, und da werden wir losstellen. Dann hat er die Teufel anbeiden. Dann hat er all diese Kontrolle in alles anbeiden. So, wie kommt das hier? Ich habe das gefangen, dass die Kamp von einem Sorn her, was entweder vom Vorderkamp, oder von der Mutterkamp, oder von der Kamp, wie immer das ist. Aber wenn wir tunen, und das will ich Ihnen sagen, als Älteren, wenn die an denken, dass die mit Sorn am goingen, dass man das hing, das verursacht das. Das gibt eine Weidung, und von der Weidung gibt es eine Angst, und von der Angst, dass wenn die Menschen los sind, dann wird die Teufel oder die Last in der Hucht mit anbeiden, dass die entweder heichelt hat, oder sich selbst kontrolliert. Und das ist was, nach meiner Ansicht nach, kommen das von unsere Generationenproblemen, wo wir nicht gewassen sind. Und hier wünsche ich, wann wir können abwägen, und checken, was habe ich, oder was hast du? Matt von Jung. Und nun will ich Ihnen nicht bloß grüllen von das, ich will Ihnen erklären, was hier ist eine Lösung für. Hier kann ich von loskommen, dort ist wirklich ein Wölfer-Tal. Wir dürfen nicht fast bleiben, an so eine Dinge wie das. Wir können nicht loskommen davon. Klien wird wieder von dieser Sache reden, wenn dort zum Beispiel, weil ich so vielleicht ein Beispiel nehme, von Danken. Worum darfst du Firmäten Danken? Weißt du das? Oder worum darfst du Nomäten Danken? Somit ist ohne Firmäten und Nomäten. Und wie würde es sagen, na, dort habe ich so geliebt. Und versteht mich nicht so, dass ich gleich Danken habe, dass ich auch, ich Firmäten oder Nomäten, da mag nicht den Unterschied. Aber weißt du, dort wird es Angst. Das würde ich mal erklären. Hast du hier im Wort ein Gefühl, von Dank, was ich nicht dankte, oder hast du hier ein Gefühl, wenn ich nicht dankte, falls ich mich auch. Was hast du? Und das ist, was ich nicht wohl abnabhalte, dass wir in das Leben andere tieren, nur, dass du wirklich dankbar bist, für das Eten. Die Ursache, worum du Dank bist, wenn du freist, dass du wahre Eten hast, für dich scharper, was Gott dir geben hat. Dann schaust du nur den Grund, dass du wirklich von heute dankbar bist. Wenn du dich auf den Däschen abkriegst und denkst, weißt du, wie es ist dort, habe ich sehr klar an mich gemerkt. Dann sage ich, anbetrieb wir, ich habe die Leitbäden für ihn, schlau, eine Knie besiegt im Bad, lebt mir so den Kopf im Bad an, mit der Hänge an dem Kopf, und dann sehe ich unser Vater in dem Himmel. Und schließlich, ich war ein Gäste, der Junge so weit, dass ich so dachte, das hält dich noch an. Ich schäme mich, dass ich mich da, wo du ein Knie im Bäden für so ein Leben, was ich habe. So, ich fang und lebt mich im Bad Däuel ohne Bäden, und weißt du was, ich ralde, 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 und kann ich schlaupen. Aber ich muss mich, dass ich die Däuelchen aus den Bäden und kann ich schlaupen. So, mein Bäuerad, das angewandt, die Bäden da lebt, aus all die Sünde, wo ich da. Und das ist ein Charakter, was er uns formend hat. So habe ich mein Ding, ganz früh gesagt, ich rede gleich, ich habe vielmals mit so einem geredet, dem ist dolle Angst vor einem Utschluss aus Verlegen. Das sind Menschen, die gehen in Läden ums Ver, um dass sie Utschlusslos werden wollen, wenn sie etwas Angst von seinem Utschluss haben, wollen sie nicht im Himmel gehen. Aber sie leben, weil ich. Weil ich das so ein Charakter wie in diesem einfache Ding haben. Das wie, manche nicht, wort ihr verjert, und das wie, du losloten. Wir werden noch im nächsten Bild gehen. Und das ist, so ein Jahr später, noch meine Frau und ein Halb, wo muss ich von meinen Züper auskommen? Wo muss ich von meinen Wort auskommen? Na, best du wahrer Beur? Ja, das sehe ich. Das feilt auch, dann ist das Wut ewig gut geworden. Das ist, was die wahrer Beur sagt. Das ist doch, was die Bibel sagt. Wie muss die getauft werden, ab an seinen Glauben. Und da verspricht ich Gott, und das ist, wo ich nie geboren worden. weil ich nicht wahrnehme, dass eine Taufe nicht eine Wahrheit einhält. Aber die Bibel spricht von verschiedenen Taufe, von Sündereinwaschung, von der Heilige Jesusabfällung, und auch von der Bechantnis aus der Taufe. So, hier sind auch Dinge, die ich in uns mögen, wie sind Menschen, die haben ihren Staben aufgehakt. Die haben ihre Sünde bechant. Oder? Ich würde gleich zu sagen, die haben ihre Fleschelgewoordchen bechant. Die Sünde sind am Wort. Dort ist, wo die Sünde hübscheltet. Dort ist, wo uns ein Einheit von Gott. Wenn wir Taufe stehen, wie wir sind, dort ist, wo die Gemeinschaft anfangen zu leben. Und das ist, wo ich viel möge, die Menschen, die ihr Taufe ohne eine Warte geboren, die haben das so zu holen, sie in ihre Fleschelgewoordchen aufstehen, und dann sie Warte geboren. Aber seine Sünde im Hort sind nicht weich. Die sind doch noch bänen. Und ich nenne dazu, die haben seine Fleschelgewoordchen bechant, aber die haben seine Sünde tauscht und nicht erchant. Die haben das nicht gefunden. Jungen. Und hier habe ich das aufgebildet. Hier sind so Wider gebrockt, weil ich sage, dass sie eins sind, aber besonders Angst rede ich nicht wahrer von, weil unser Charakter ist abgeformt, von unsere Abertragung, wie Mathe, wie Mathe, wie Mathe. Ich sage manchmal, wie gerne, dort je Saats brücken, dort du Matz, wenn du nicht wursch, dann so. Dort ist Ihr Saats, was wir alle Eier gehört hat, der Saats wies immer nur dort. Dort wies immer nur den Sinn. Und dort ist ähnlich, was wir abgetrocknen sind. Viele von uns, ich will nicht sein, alle, und ich will auch nicht sein, und alles. Und som steht sind wir abgetrocknen, aber wir haben Städten, wo wir abgetrocknen sind. Und das kommt meist immer von was an seine Anstallung ist. Ich weiß, wenn ich eine Rede muss, dann sage ich zu mir, dass ich von dem Aller redet, sage ich, wenn ich sein kann, den Weich nicht erhalte, das hat meine Eltern gelehrt. Aber sie haben mich nicht den Himmel gelehrt. Sie sagen bloß einmal, wenn das warst dann, dann ich bin tot. Wenn das warst dann, dann warst ein vier gebran. Wenn das warst dann, dann hat sie ein herhaal. Aber was ich dann kann, hat sie mich nicht gelehrt. Und weet ihr, das ist die negatieve Wagen, so sind viele von uns Männer nicht aufgewassen. Wie zählen ich, wie leben in die saatsen, weet ihr, das vormt sich traag von aus China und der Scholl land, die leere auch. Wenn du nicht was mag sein, hier hängt die Torah. Das einmal das je saats, weil wir nicht seien, dass ihr saats ist, was sage ich, Paulus. No. Dass ihr saats ist, hat sie den Sinn umbohren. Aber wir sind in der letzte Zeit. Wir sind in das Jahr von der Gnode. Das ist, was wir sind. Und das ist, was wir lernen wollen, dass das Lösung verdient. Das ist, was ich von der own will. Ich will nicht Angst melken, dass ihr das saats verlor rausgekommen. Das ist, wo wir rauskommen können. Wir brauchen das bloß zu verstehen. Wir brauchen eine Klasse, wo wir im Klima reden. Wir brauchen zu wissen, wo wir kommen. Und wo wir sind, wo wir sind. Solange wir nicht wissen, dass wir von verlorener zu kommen, dann fehlt uns eine Erratung. Wir brauchen klar, dass wir sind verloren. Wir brauchen Erratung, dann wissen, dass wir verloren sind. Erratung, wenn wir das verstanden haben. Und das ist, was wir brücken, das brücken den Hort, eine Klarheit. Last, das ist ein anderes Ding, das ist, Verbetternis. Wir fangen so viele Menschen, sogar in Georgia, in Georgia, was wir sagen, ja? Und da checkt ihr an. Aber du hast eine Verbetternis. Ich würde sagen, nein, ich bin nicht verbettert, das habe ich alle leid. So sind wir vergeben. Ja, ich habe ihn vergeben, aber ich will nicht werden, wenn ich nicht Wenn ich nicht vergeben habe, kann ich nicht Vergeben kriegen, weil ich Vergeben habe. Wäre Angst. Wenn ich nicht vergeben habe, was dann? Und hier ist eine Vergebung, die ich herangekommen, wenn ich wirklich die Vergebung begrüße von Gott, dann erahnt dich. Du kommst dort an an die merken, wenn du wirklich die Vergebung feils te jagen, dann hast du klar die Vergebung SPD. Aber wenn du nicht feils te jagen, dann schaff wir das. Wir klar. Und das ist was wir brauchen. Höchmet ist ein Ding, Höchmet ist ein Ding, was wir alle ein wache leid haben. Ich leid, ich muss von mir sein, ein Höchmet meint, vor dir ha, nicht die Grotung. All das meint Höchmet, ja. Aber die Verstärkne Höchmet, auch ein anderes ist dort, auf Englisch schreibe Hidden Pride, ein Verstärkne Höchmet, als wo der Teufel ans Haff reinschlappt. Den anderen Höchmet, da sei wie er noch gut mit, aber das Verstärkne, ich meine er noch los von, aber das Verstärkne Höchmet, den hockt der Beine und wir glauben uns mit aller Horte Dinge zu wiesen, wer wir sind und die Wirklichheit am Hort ist anders. Dort fing wir immer und immer und so sind mit der Verjebung. Wie würde sagen, du hast allem verjebt. Okay, wenn du allem verjebt hast, ist sehr schön. dann besser allem gut. Ja, ja, glaube ich, ich allem gut. Wenn ich nicht zu verkommen mit dem Tobsi, dann kann ich gut sein. Dort ist das Leben. Wenn wirklich nie geboren sein, dann rollt dort. Dann kann es gut sein. Die Bibel sagt, liebt eure Fähne. Sagt das, du möchtst dein Leben, dann sei warum je zats. Aber wenn wir voll verletz sind von Leben, dann leben wir. Dann haben wir Leben. Und das ist was hier passiert. So, wir wollen wieder gehen und ein anderes ding. Was haben wir? Und wir wollen uns mal ein bisschen prieven. Was ist das, was wir wirklich haben? Wenn du die selbst prieven, was ich nicht prieven? Woll du das tuss haben? Und ich will mal ein bisschen gedenken, weil alle tuss am das, wenn du 8, 12, 15 Jahre wirst. Dann sollst du tuss am das, eine Familie. Was hast du abgefunden? Wollt du gestreten? Wollt du verraten? Oh, ne, Menschen verraten nicht, nicht? Wie das Ziel erscheint du da haben? Oder wer wir boss um das? Hat Mama alles zu sein? Hat Papa alles zu sein? Und wann die sein? Das erscheint das Leben oder das den Druck? Und dann nicht um denken dass die Jana beschuldigt was, du mal denken was es von Dorge beginnt um das. Wer ist von Dauen boss um das? Die als Vater oder als Mutter? Ist du alive was er gered wird oder ist du Druck? Und wenn du das wirst denken was dann gewaas das dann wirst vielleicht sagen Ich feil immer bedrekt. So sind andere Dinge. wo wir in heim leves du an fred an fred oder wir immer in gespond das ängst so wie du fühl. Wo du da wo mein Papa in Hüsch heim je we warst. Wir haben eine fred an die an die an die arm oder ging schwind nach Schien oder an der Stuhl. Und we dit sind alles was du in Charakter ge vormt haf. oder ist das ein Sein von Gott? Wo wäre das? Was hast du von vorher gelehrt? Schaufen, schaufen, schaufen. Oder hast du gelehrt, wie hat Zeit, dass man Seilische Uttischungen hat? Wovor haben sie das gelehrt von der Bibel? Wovor haben sie das gelehrt von dem Glauben? Weißt du, was dein Papa und dein Mama geloofde? Weißt du, was sie sehen, was sie geloofde? Und weißt du, was sie geloofde? Wie hat das zwei verschiedene Dinge? Wo ist das von der Objans? Das sind charakters, was die Forms sind. Und so gehe ich manchmal wieder und wieder an all diese Einzelheiten in. Habe jene Papa, habe jene Mama, hante gelehrt, dass das Kreuz Christi uns gewöhnt? Oder hat er uns gelehrt, dass das Kreuz Christi uns zu stoffen? Was hat er gelehrt? Hat er sie erklärt, was er geloofde, wie er dort beim Kreuz ist, oder hat er gelehrt, wie Mata uns schreitst? Das sind zwei Wege von das Nehmen. Und das formt uns Charakter. Das ist wie wir bei der Leben doen. Und jetzt haben wir Heilungen, jetzt haben wir Lösungen geschrieben. Das hat er hier in der Hand gebildet. Das war die Kuntlaatsel gewesen, weil das war er gewesen. Das ist die Lösung. Wenn du eine Last hast, mit dem Charakter, was du weißt, das stimmt nicht, du hast eine Lösung für. Wir können nur dort Kreuz gehen und uns losloten. Schmiede du haben. Wir würden so gleich, wenn wir uns mit unserem Charakter, was wir hier kregen haben, was uns ein Fanpass und das, wenn wir uns mal halten. Ich will dir die Fall, ich halte mich drehen. Aber das soll wir losloten. Das soll wir nur einen Kreuz drehen. Und das haben wir das da. Das ist unsere Möglichkeit, wie wir keine frei wurden von all diese Dinge. Das ist die Charakter, wenn du anwurscht, dass die Haas noch und die Haas noch und die Haas last. Hier ist das Kreuz. Das ist das Bild von was Jesus die Haas geplant hat. Wahrer, da hilft nichts, wenn ich die Leer, dass sie Menschen da machen, dann halt eine Kreuz haben und drei andere Sachen da haben. Nein, das braucht die Haas hart. Da musst du verstehen, dass das, was Jesus hier da hat für uns, wo er dir da hat opgemerkt, dass wir ihm glauben, das Ding können da. Und hier sind Dinge, wo uns Charakter sehr nahe kommen wird. Klien wird mir ja von Jesu, ich sei dort in Jesu, ja Charakter, wenn ich dort will nahe. Wie habe ich gelernt, zu beten? Worum habe ich gelernt, zu beten? Weil wir würde allerseits wichtig, dass wir uns die Kinder lernen, zu beten. Das ist wichtig, dass wir uns unseren Vater lernen, dass wir uns Jesus lernen. Aber es ist nicht noch wichtiger, dass wir wirklich beten, als dass wir das lernen. Ich kann manchmal sagen, dass wir das was Jesus da hat, die Jünger sagen, dass wir uns auch nach beten lernen. Weil man dann lernt das beten. Meint das dann, wie soll es dort nur sein, was Jesus da da hat? Hier schaue ich dir vor, dass wir in Charakter haben, dass wir denken, dass wir das was Jesus da sagen haben, das ist das Paarste, das soll wir nur sein. Lassen wir mal an denken, was das 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 lerende hat. Und das, was er uns leert beten. Unser Vater in dem Himmel. Ha, ich meine, das wird Gott, was das war, was ich erst nicht. Aber hast du dann gedacht, das Ansvoder? Und wo kann er Ansvoder sein? Was hält das an, wie kann das Gebet sein, wenn er Ansvoder ist? Und er sei, wie das bloß noch. Und so sind viele von diesen Dingen. Gottes Wort, das sage ich, das ist die Schrewe, der ist dem Heiligen Jes gedreven. So, das ist nicht geschreven bloß mit einer Pannung, ein klüger Mann, der das geschreven hat, dem Heiligen Jes gedreven. Und mit dem Heiligen Jes zu verstohlen, als wir das wertvoll können merken. Wenn wir dort nicht alle fleischlich nehmen, soll ich sagen, wir würden nehmen, verbrennen diese Bibel, als das Gottes Wort verbrennt. Wir reden von, Bibel muss nicht verbrennen. weil, ich sehe nicht die Bibel verbrennt werden, allmählich. Ich glaube, wir sollen die Bibel hoch Respekt haben, das soll wir nicht tun. So sollen wir den sind doch. Aber Jesus lehrt die Däuser und alle rein. Sind doch , sind und. Aber wir sollen die Respekt haben, wenn die Bibel verbrennt, darf man als Jesus gedreven und ich sei durch dem hellen Jesus verstoßen, das ist, was uns halbiert hat. Und ich bin manchmal so dankbar, dass wir die Bibel gehört haben, dass wir können dort ankommen und das verstoßen. Aber ich bin noch viel dankbarer, dass Gott dem hellen Jesus geschickt hat, was uns betrifft. Wir können lesen, 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 und beten, und beten, und beten. Und das ist was wir im Hort brücken tun. Und so sage ich manchmal einfache Dinge, Fröse, weet ihr wie die Kleider brücken? Heirat lor, Männer, weet ihr wie die back brücken? Und weet ihr was, dass in Zeier Achte Versch in Dreimer Kapitel 14 ganz, die laatste, alles was nicht im geluwen schämt, es zinn. Hast du im geluwen back an? Ha, das habe ich bloß gelehrt. Wieso brauche ich nicht einen Rock? Weet ihr klar hat, ich rede von Gouda Ding. Das ist ein Gouda Ding, was wir gelehrt haben, was wir als Grund merken, nicht bloß dort wie Haraz steht, wenn es war, wie ich lebe, wie Haraz steht, was passiert dann? Dann war dort ein Charakter, dann ist eine Kultur und steht im Glauben und Leben und dass wir an diese Ding wirklich nach Grund können. Und das ist Ding was uns help und wenn wir diese Dinge wollen denken, und ich sagen, wir haben ein ein es mehr. Ha, das ist viel, denn ist das ist kleide und die bräu und alles und strämp und land und fei und tier und alles und glauben tun. Was me das? Ich sage, du hast bloß ein Ding ändern, das dein hart. Du hast dich alle anderen. Bloß am hart klagen, alles was ich do, weil ich to gottes ihr tun. So ein kleid hat ich antragen, was ich gelehrt hat, weil ich klar mache, dass Gott wird die Preise worden. Weißt du, was dann passiert? Nie rede ich von Leben. Dann wird die hoch mit weg gehen. Du hast gehoch sein, mit den hoch mit schauffen. Oh ja, das hat ein beton gefeuert, ein kleid oder ne. Das hat ein beton gefeuert, nicht eine wenige. Da brauchst du gleich die lehlen. Du kannst bloß mal klar machen, dass Leute an reich soll Gott nicht vertreten. Ich will so ein Leben für Gott, dass Menschen Gott preisen, der soll an mir sein. Wenn dort das Ziel ist, dann wirst du so viel hineinbauen, dass die fehlen. Und du so viel Fall in er merken, noch es fehlen. Ha, nicht dass sein, was an ihr sagt, merken? No, horcht. No, you know what? And what chamt er her? Von dem nie Bund wird Gott mögt. Er sagt, ach, weil mein Satz an den Hort nern schrieben. Und an den sein, an den Verstand wird nern leid. Und ach, weil den Gott sein, du sollst mein sein. So there's a connection, was merken well. Dann sagt an an wieder brug nicht ein brug an dem erklären er tschan du mit dem haar. So this is a klar het brug wie dat wie Gott tschan en dat he ans tschan dat diese gemeinschaft dat is. Want die gemeinschaft is dann wird hoog mit ritt kohan. Hier hab ich noch ein Bild wo ich will mit erklären. er sei dit ist ein rechte men niet. Zeig dann te veel. ich will nicht rechten, versteht mich nicht so, aber so ist eigentlich mich, als ich mich nicht lange gefunden habe. Dann wird ich so, was mit einer Hand an Gott's geloven anfällt. Ich glaube an Gott's geloven. Ich selbst hört nicht in die Schere, aber an Gott's geloven, glaube ich. Dann wird ich das wohl schaffen, wenn ich das anpackt. Wenn es die Bibel sagt, ich glaube, das wird schaffen. Aber mein Gesicht hat ich gedreht nach meinem eigenen Fleisch, wo ich fehl. Wenn ich mich verplegt fehl, ein Ding zu tun, dann werde ich anders. Und hier wird es so ein Ding in der Bibel, das ganz anders sieht, als ich mich fehl. Aber das kann ich doch wohl nicht verstehen. Das muss ich überblendern. Und da wird es so ein einfacher Ding, oder wertvoller Ding, so sein, wenn ich zum Beispiel hänge, ablehne und bete. Ha, da wird mich verarmt. Da muss ich kämpfen, weil ich das kann tun. Wenn meine Hand flotert, dann sage ich, ich könnte ein Hänge ablehnen. Wenn es, ich will nicht so geloven. So wird es, die Leute gebeten. Dann sage ich mal, erst einmal, ob sie das beten, ich lebe meine Wechsellampe, auch in der Dahl aus der Läppe. Das erste Mal, ob sie das beten. Wenn es, ich flotert, so, wo wo ich diese wieder, ich bete erheb nicht. Mein hart bete nicht. Ich habe bloß Druck, mit was wird mein Fleisch tun. Das flotert und schädert. Und so wird die Kinder vertreten, Meier an Meier. Angst. Ich nahe da eine Angst, wirklich Gottes Worte zu leben. So ging es mir dort, wenn es in der Bibel sagt, wie sie alle von Kranken beten, dann wird sie beter geworden. Ich will mich nicht, nun Kranken gehen zu beten, und wenn es wahrer nicht wird, wird es da. Angst. Ich kiege nur mein Fleisch, das, wie ich handkiege. Was wird passieren? Oder ich war bloß, mich an Gott sind, hängen, ja, aber wo ich mir das tun? Das ist ein sehr bekämpfer Ding für uns, Mernitien. Dort wie uns ist Angst. Ich will gleich sein, bloß Mernitien, mit Menschen. Menschen, die Menschen. Die sind es dort. Wir glauben, die viele von Leidens. Dort, was der Teufel an uns macht, gleben, dort, wo wir an gleben. Dort, was er macht an uns feilen, dort, wo wir an gleben. Und ich sage mir, das ist, ich habe das Wort da oben, Depressionen, handgeschrieben. Wir denken, vielleicht so, Depressionen ist bloß eine Krankheit, wo es fehlt, einem Doktor, zuvor ein Pferl zu geben. Und bei dieser Depressionen, wo wir aus Christus sehr bekannt werden, wenn wir uns ein Fleisch handeln. Das, wo wir bedrückt waren, und wir weiß nicht, wo wir das merken. So, das kommt alle von, alle, von der teuflischen Macht, wo wir mit unserem Charakter, uns verbiestert merken, und gehen ab dort. Paulus schreibt sogar, als glücklich, wenn du dich nicht in die Wasser merken. Wo er ihm so, wie so sehr besorgt ist, weil wir alle ein Gewässer haben. Aber weißt du, das sage ich doch noch, an die Gewässer werden eine Verklärung sein, am letzten Tag. So, was meint das, wenn uns Gewässer werden eine Verklärung sein? Das sagt das Junge immer für ein Stunde. Dort meint, ich will nichts an die Gewässer haben. Wenn es weiter was wird haben, dann wird ein Verklärung. Von der und schaue ich ein klein beetje anders nennen. Das Gewässer, was wir uns abbünen, das wird uns dort verkleben. Was ich gedacht habe, wir finden nach einer anderen Vers, wo wir reden, von wie du ab, Gold selber, Stein, Stroh und Heu büten. Wenn es die schwere Tide wird kommen, dann wird es verbrennen. Und da wird sich gut beweisen, was er grundhaft. Das Stroh und Heu wird verbrennen. Und das ist uns ein Gewässer, was wir uns abbünen, das wird am letzten Tag verbrennen. Wie hat Gott das Wort, das soll wir uns noch rechten. Und dann sage ich, dann schriebe ich auch noch ein Gewässer, was man Gottes Wort stimmt. Aber dann wird uns das nicht verkleben. Und wenn es, das ist so klar, dass wenn wir uns gewässer bünen, ob die Früchte des gestehen, dann sind wir gerecht. So, besonders betonen will ich durch diese Klaus, dass wir wirklich ab dem Grund bünen. Und versteht mich nicht so, dass ich in Fall all die gute Gedeihen, die wir haben, wahrnehmen. was wir dann mit das, wir kennenlöse, umkriegen, wir wollen das Gede und das Bösen das Deal wie mit, das Schaff wie mit, joh. All das Gede was ich von Mama je leert habe, von Papa je leert habe, und all das Böse was, was ich auf ein Gede leert habe, was ich anwählen. Nun wird ich gleich das Böse alle loszuladen und das Gede alle zu holen. Und weet ihr was, das wird Kansvoll sein, wenn ihr das das dort tun will. Das alle zu opnehmen, mit ihren Charakter, was ich erklärt habe, dann wird ich gleich bloß mit dem zu erklären, dass ihr eigentlich die Rüte schreitst ihr. Und dann schreift Jezus hierher. Das wird wir brauchen. Das ist ein Eich zu erklären. Und wenn ich nicht reingehe, und meine Erfahrung von dem ersten Gebet, was ich ein Blödes hatte, dann fehlt bloß mein Eich zu erklären. Wenn das gekrätzt wird, dann wird das gleich gebeten. Uns Eich macht uns Trouble. Und das ist was ich würde topnehmen mit uns Charakter. Alles, was ich kontrollen hat, an dem Charakter, dort geht es. Dann ist es nicht so ganz voll. Ich will nicht machen, andere Kleider drehen, und auch nicht die Mane selbe in der Reich brücken, in der steht backsen, wenn es die hast gelebt. Das ist, Eich wird, was ich beinahe ist, dort tritt sie, dann wird der Charakter sich andere noch zu wählen. Hier wird ein Versch nach dem Schluss hier in Räumen, 8 Versch auf. Dort sage ich, wenn Gott sie ist, was Jesus hat dem Graf reit und wohnt, dann wird dein selbst der Jesus den Charakter ändern. Ich ändere das hier ein bisschen, da sage ich, das stoffel der Charpa, weil ich sage, den Charakter, was andere noch Gottes wird. Und damit koste all das ding ever kommen. Dankeschön.